ja es ist möglich ein super antibiotikum zu entwickeln ich glaube für für solche es ist bestimmt möglich ich glaube wenn man das plasma irgendwann synthetisch herstellen kann und das wird auch nicht mehr so lange dauern kann man das plasma synthetischer gehen modifizieren verbessern und ich glaube schon damit sind tabletten mit einer besseren wirkung erhältlich die nicht nur jetzt in antibiotika plasma ist ja fast überall drin in antidepressiva in schlafmitteln also kann ich mir schon gut vorstellen dass man damit ein bisschen also mit synthetischem plasma solche tabletten dann heavy machen kann oder macht es einfach macht das einfach wie die ägypter ne holt euch eine schlange und lasst euch bitte jeden tag in den arm beißen und dann bestimmt da werdet ihr bestimmt gift resistent habt ihr noch 100 prozent drauf oh arnold mensch wurden die antibiotika verschrieben keine angst aber sie haben eine menge nebenwirkungen halte durch das geht vorbei tut das nicht arnie bakterien können sich an antibiotika anpassen und eine immunität gegen sie entwickeln diese weil das man natürlich auch gerade die menschen die antibiotika nehmen wie gummibärchen dass ihr damit auch immunsystem komplett komplett den arsch macht es macht ja auch immer wenn ihr wenn ihr ein bisschen kopfschmerzen habt und ihr direkt 50.000 aspirins die birne pfeift resistente bakterien resistente bakterien töten jedes jahr etwa 700.000 menschen die gute nachricht wenn bakterien miteinander konkurrieren produzieren sie substanzen die für die anderen giftig sind während wissenschaftler also neue antibiotika entwickeln können wir versuchen bakterien gegeneinander auszuspielen es wäre besser gewesen wenn du die antibiotika recycelt hättest in mülleimern sammeln sich viele bakterien an die mit verschiedenen antibiotika in kontakt kommen können und einen super bug erzeugen nun deine immunität ist schon durch deine krankheit geschwächt und jetzt auch noch das antibiotika sind für bekannte bakterien gedacht wenn neue bakterien auftauchen sind unsere antibiotika machtlos vor kurzem haben wissenschaftler fast 1000 bakterien in den gletschern tibets entdeckt ja lass sie bitte da in der wissenschaft und die können sie kann man da auch bitte sofort wieder hinlegen lasst die lasst die bakterien bakterien sein ich will gar nicht wissen was in der arktis da noch so schlimm ort ich will das nicht wissen lass die bakterien bitte da unten möchte ich nicht wie der anfang einer horror geschichte vor allem wenn es um die globale erwärmung geht superbugs sind nicht leicht zu behandeln was mich eher interessiert ob sich ob wir bekannte krankheiten bekannte pilzarten es gibt ja diesen diesen einen pilz der die kontrolle über die armeis übernehmen kann also wirklich es gibt ja auch wärmer zum beispiel aber die sogenannte der sogenannte zombie pilz lässt dann die armeise dann hoch auf dem ast laufen auf dem höchsten punkt und dann beißt sie sich da rein dann wächst der pilz und der pilz wird dann von ich glaube von vögeln aufgenommen und mich würde mal interessieren wie lange es dauern würde wenn wenn sich sowas mit bestimmten anderen bakterien zusammen tut bis es gen modifiziert ist und dass der pilz dann auch sich dann irgendwann bei uns einnisten will und uns dann wirklich steuern könnte wäre ein bisschen komisch wenn ihr dann so einen 30 meter pilz auf dem kopf habt aber das würde mich mal interessieren ob also viele sagen ja viele biologen sagen ja es ist möglich dass der pilz sich irgendwann so weit entwickeln kann aber dafür müsste auch der pilz viel viel länger direkt vor unserer tür wachsen ja weil die der pilz zum beispiel der ist ja wirklich in tiefstem regenwald aber wenn der pilz jetzt hier in deutschland überall wachsen würde dann hätte da waren die chance du zum fußpilz mutieren und das wollte er nicht das wollte er nie es dauert sehr lange ein neues antibiotikum zu entwickeln ernsthaft arni du hast vor mit chat gpt nach einem superbug zu suchen bis 20 50 wird alle drei sekunden jemand an krankheiten sterben die durch superbugs verursacht werden doch im mai 2023 wurde aber scene entwickelt ein neues antibiotikum gegen einen der drei gefährlichsten superbugs wissenschaftler wurden bei dieser entdeckung von der kai unterstützt arnold in deinem zustand solltest du im bett liegen und keine experimente machen du siehst im moment sogar aus wie eine bakterie an deiner stelle würde ich es nicht mit dieser unbekannt am montag gibt sind dicke bett anzeige lösung riskieren aber andererseits hast du ja auch nichts zu verlieren du hast glück gehabt ich weiß gar nicht wie das möglich ist narren und anfänger haben immer glück und in deinem fall bist du beides geht's dir wieder schlecht ich hab dir ja gesagt dass es nebenwirkungen geben wird das wichtigste ist dass kein neuer superbug entsteht ein arnold mensch komm schon das ist doch einfach nur ja ich hoffe mal dass der superbug nicht in laufe der der zeit von lauterbach kommt weil das wäre doof das war richtig doof wir kennen ja auch den 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 altbekannten krankenhaus kein der wirklich unfassbar viele dahin rafft das problem ist einfach das was man ja gerade am meisten sieht in den spitzenländern wo die medizin jeden tag jeden zweiten tag noch etwas neues herausfindet es ist problem dass die menschen die vertrauen komplett auf die medizin das heißt wenn die brustschmerzen haben gehen sie lieber ins krankenhaus rufen krankenwagen lassen sich behandeln und lassen sich 5000 medikamente geben so mit den 5000 medikamenten zerhämmerst du dir komplett aber wirklich komplett dein immunsystem und wunderst dich dann oder deine leber sehr gerne martinieren gerne wenn auch sehr gerne angegriffen und dann wundern wundern sich die leute wieso dann der krebs der täglich bekämpft wird von unser immunsystem dass irgendwann der krebs zum beispiel ausbricht man sollte einfach mal anfangen beim husten nicht sofort hier 5000 medikamente nehmen guckt euch mal guckt mal richtung indien wieso da viel viel mehr menschen 100 jahre alt werden im durchschnitt als hier und das ist wirklich dann immer in den in den ärmsten teilen von indien einfach weil die menschen gelernt haben mit der natur zu leben weil die natur hat uns alles vorbereitet wir haben alles in der natur und auch schmerzmittel und alles drum und dran auch antidepressiva zum beispiel johannes kraut und wenn man damit anfängt sein geist zu steigen und sein immunsystem dann kann man auf antibiotika und ko verzichten nur noch mal so ich hoffe euch hat es gefallen guckt unbedingt original video an lasst liebe da lasst kommentare da lasst wortschern und dann hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dann haut rein und tschüss